Salam Aleikum Achih, darf man einen anderen Muslim anzeigen oder gilt die achte Nawakit, du meinst der achte Nawakit von Nawakit nur im Kriegsfall? Erstmal, was hat eine achte, was hat die Anzeige mit dem achte, guck mal Bruder, ich meine das nicht böse, es ist auch schön, dass du hier fragst. Und ich stelle manchmal Gegenfragen, weil durch Gegenfragen kriegt man einfach ein tieferes Verständnis sehr häufig. Was hat der achte Nawakit von den Nawakit Al-Islam, nämlich Muzaharatul Mushrikin wa Muawwanatuhum al-Muslimin, was hat er mit Anzeigen zu tun? Das heißt, den Mushrikin gegen die Gläubigen zu helfen, was hat er mit der Anzeige zu tun jetzt, zwangsläufig? Weil der achte Nawakit ist ja nicht, da steht ja nicht, Anzeigen von einem Muslim, ist der achte Nawakit von Nawakit Al-Islam. Sondern Muzaharatul Mushrikin wa Muawwanatuhum al-Muslimin. Das heißt, das Helfen der Mushrikun gegen die Muslime. Das heißt, beispielsweise, ich gebe jetzt mal ein Beispiel und eigentlich, jemand verkauft Drogen. Du weißt, da ist ein Muslim, der verkauft Heroin. Und du zeigst ihn jetzt an. Beispiel. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Helle ist anzuzeigen, das steht erstmal auf einem anderen, das steht erstmal auf einem anderen Blatt. Aber nehmen wir mal an, du weißt, da ist ein Muslim, du kannst nichts gegen ihn tun, der verkauft Heroin. Okay? Und du kannst nichts gegen ihn machen. Das Einzige, was du gegen ihn machen kannst, ist, Polizei zu melden. Der vergiftet die Gesellschaft, Muslime und Nicht-Muslime mit Heroin. Und du zeigst ihn an. Hast du dann den Mushrikun gegen die Muslime geholfen? Hast du dann dem Kufur gegen den Islam zum Sieg verholfen? Oder wie ist das? Was hat es mit dem achten Nake, der Nawake zu tun? Das ist meine Gegenfrage an dich. Und wie gesagt, mit dieser Gegenfrage, damit man das richtig versteht und nicht Chawarisch gedanken hat, habe ich jetzt nicht gesagt, dass man anzeigen darf. Okay? Nur damit man erstmal Bescheid weiß. Das ist erstmal, lass uns erstmal hier stehen bleiben. Was hat, das heißt, was hat jetzt Anzeige zwangsläufig mit Helfen der Mushrikun gegen die Muslime zu tun? Und hier muss man sagen, dieser achte Nake, der Nawaket, der braucht sehr viel Erklärung. Sehr viel Erklärung. Vielen Dank.